Halt, Achtung, Wand! So schnell kann man gar nicht klopfen, gell? Eine Minute! Achtung, Wand! Bei Bulli Beatdown hätte ich jetzt 2.000 verloren. Auf gehts, halbe Minute noch, Jungs! Papa muss noch geschwind was erledigen. Was machst du denn jetzt? Was? Du hast den Kabinett noch komischen Blät zu machen. Und, ja, und eh, Time! Yeah! Ladies and Gentlemen, Christoph, Submission Man! So, die Hände eben noch. Soll ich Ihnen die Hände noch in meinem Kopf? Ist ne geile Erfahrung, gell? Mal in den Christoph reinlaufen zu dürfen. Ja! Ja! Ja!